Also ich würde auf meinen Laptop beispielsweise nicht verzichten wollen oder auch können, da ich den für mein Studium brauche und ein Auto besitze ich sowieso nicht. Ich lebe in Berlin und fahre daher immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder laufe oft zu Fuß. Was das Essen angeht, ich versuche mich bewusst zu ernähren und verzichte daher auf unnötige Verschwendung von Lebensmitteln und werfe daher nicht so viel weg.